Ich möchte eigentlich keine Fremden dabei haben, deswegen habe ich mir extra so eine kleine Gruppe gesucht. Ach nein. Du Schwein ey. Wie ihr das macht, hier vorne rauslaufen? Zweimal F2 drücken, also Konsole auf und zu machen, nachdem das Spiel geladen hat. Ich kann mich hier leider nicht mehr an die Tom's oder Grimms erinnern. Aber ich denke das ist erstmal egal, also mir ist es ehrlich gesagt eh egal, weil ich hier... sowieso kein Gier mehr bekommen kann, was mir was bringt. Wie schon. Packt er bei dir auch gerade rum? Ne. Ich hab mir die Handzei gerade im Kreis jetzt tot umgefüllt. Das war ja ne Quilch. Geh die Stadt um zu erfolgen. Bei der Wehe! Nö. Und dann? Oh, schluss! Oh, schluss! Oh, schluss! Oh, schluss! Oh, schluss! und zwar hier links hier links irgendwo ich weiß gar nicht mehr wo hier irgendwo ist ein traum auf jeden fall wir haben einen sturm wie war ich habe auch das gefühl dass das spiel an sich flüssiger läuft seit der beta von der performance her also meine erbärs sind würde ich sagen aus dem ganzen fünf ja ok durch geschätzt ich weiß nicht ich weiß nicht wie es sich gemacht hat du bist mit in-game-sound doch immer noch ein bisschen leise dann müssen wir gleich vielleicht nochmal kommen Ja, das verstehe ich fast gar nicht. Ja, aber wenn dann viel los ist, versteht man nicht mehr. Okay, verstehe ich nicht mehr. Aber wir spielen die Magi jetzt erstmal zusammen. Ah, ich stehe natürlich wieder genauer dran. Ja, hat gemerkt, dass ich ihm mit dem Hintern steche. Ich trigger gleich mal das Event. So, seid ihr bereit? Nein. Perfekt. Oh, leidlich hat mich. Oh, leidlich hat mich. A drunk, polite, ill. Never have I seen such a display. Das war's für heute. Gatterrunner im Aufzug auf mir oder in mir sehr schön und auf geht's und wir haben eine Handmaiden dabei ja nicht mal wenn wir zu dritt spielen können wir auch eine Karelian auskommen aber es ist ja keine Wayfarer Karelian im Moment hier hinten ist noch ein kleiner Raum Ah hier ist nichts dran ok Irgendwas stimmt nicht mitgewinnen Ich glaube unsere Karelian ist kaputt Ich kann ja nicht mal Heilung aufzwingen Keine Ahnung wo die Tomes und die Grimms sind Ich weiß das ist auch nur noch ganz ganz bröckelhaft aber ist ja eigentlich auch egal Ich hab's angespielt die Bäder damals Mh Heißt doch Kraiksheim hier Ich hab's richtig gelesen Was für ein Ding? Kraiksheim statt Kriegshatten Kann sein Auf Korps auf Kraik Ich glaub hier irgendwo war auch einer Aber ich hab grad echt keine Lust den zu suchen Ich hab das Gefühl dass dieses neue Model von denen jetzt immer kommt oder? Vielleicht das aktabhängig oder so Ja das stimmt das kann sein Was ist sonst noch nicht so gut Ich hab's zu dröhnen Was ist sonst noch nicht so gut? Ist sonst noch nicht so gut? Ich bin sehr nehm Wir sind doch nicht so gut Wir haben die Glocke Ich bin sehr negativer Wir haben die Begruen Windwitsch, da! Flames! 3 gleich noch mal die grafik einstellen ich glaube dass wir mir jetzt weniger leichten auftauchen das stört mich gerade ein bisschen im ersten teils war es auch immer auf 8 oder so ja aber ich merke man es halt wirklich, das war vorher nicht so äh hier ist ein tome oder grim ok, Jumping Puzzle oder? äh ne hat das schon jemand genommen? ja, der Zwerg hat es doch mal, kannst du den unten nehmen? ja ja ja, sonst muss man von oben runter springen, das ist ein bisschen nervig ich stand da drauf oh ok ja, also in der anderen Bitter sind wir halt immer von hier oben irgendwie da dran ja ich glaube ein Pleistormer ist ja irgendwo ja über die anderen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ich weiß jetzt nicht wo noch eins ist da liegt ein Stonefeind ja ja ist ja schön über die Mauer erst mal ein Selfie erst mal ein Selfie man ja hehehe holst du die Kanone? ja ich dachte nicht so ist das hier schon zu einfach fast, ne? also ist ein interessanter Kran ja finde ich auch er läuft irgendwie mit Steampunk oh ich will schießen, ich will schießen okay ähm schnell rein hier irgendwie triggert das keine Horde das muss eigentlich nur Horde triggern ja ja jetzt was macht unsere Kranian da hinten wie stuck? ja 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 jetzt was macht unsere Kranian da hinten wie stuck? das fühlt sich irgendwie nicht an wie ein Veteran, ne? aber er steht auf Veteran ne easy mode schon ja das stört mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen ja ja nächste Mauer gleich auf Champion ja können wir eigentlich probieren ja das können wir eigentlich probieren wenn Chris B. da ist, können wir das echt mal probieren ja nichts dagegen weil das hier ist gerade echt viel zu ernst ich weiß es nicht doch ich hier weiß ich auch noch wo einer lag naja jetzt kommt's, jetzt kommt's wieder da hinten ist ein Chaos, Digga ja ich zähle ihn mal an oh es sind zwei easy guck mal von hier oben also ich weiß nicht wie es auf deiner Grafik anscheinend aussieht aber ich finde das hier sieht alles ziemlich nice aus ja das ist mein Pack jetzt fände ich auch, dass die Texturen niedrig aufhörsen sind also sieht gut aus ich hab irgendwas gekillt ich weiß nicht was und zwar da vorne bei den Büschen links wo ich jetzt den Feuerball reingeschossen hab da kann man durchlaufen und dahinter ist was hier Andy warte mal hier hier ach ok jetzt haben wir alle drei Traums zumindest hier 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 Hay hier 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 ich treff sie nicht durch die Horde hier ich bin sicher twas ich traf und waas nicht ich glaub die haben die Horde auch selber weg gemäht habe Ja, ja. Enjoy, little one! Holy Justice! Oh, yes! It's funny, isn't it? Come on, team good ones! I'm getting bored! Yes! Set down! Save and Gunner! Keep your time going, everybody! Ah! Ja, das war's. So, jetzt will ich mal was ausprobieren, was ich im Stream gesehen habe. Man kann angeblich hier runterspringen. Ja, geht. Weil die Entwickler haben wohl mal in einem Stream gesehen, wie die das in der Beta hier auf Champion gemacht haben. Und dann sind die am Ende runtergesprungen und gestorben. Das fanden die ziemlich traurig. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. All right, jetzt geht's. 英-D. Ey-D. Untertitelung des ZDF, 2020